Wir sind da am Schulzentrum Garlienberg in Meinersen. Hier gehen ungefähr 1500 Schülerinnen und Schüler zur Schule. Und hier ist eine Kreisstraße. Und auf dieser Kreisstraße darf man 70 fahren. 70! Das ist viel zu schnell. Wir haben in diversen Ausschüssen mit der Zeitung, vorm Kreistag und überall gesagt, wir wollen, dass man hier 50 fahren darf. Nur 50 fahren darf. Und was ist passiert? Nix. Das muss schneller gehen. Hier bin ich echt ein bisschen sauer.